Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu dem Auflösungsvideo und zwar zu dem Frohe Weihnachten Gewinnspiel. Erstmal möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass das Video einen Tag später jetzt gekommen ist als offiziell angekündigt. Aber da wollen wir jetzt natürlich auch erstmal gucken, wie viele Spieltage ich denn nun überhaupt habe. Und dazu geben wir ganz gemütlich slash play it ein und sieh da, boom. Insgesamt spiele ich den Krieger 433 Tage. Ja, eine lange Zeit, wenn man das bedenkt, wenn man das ja mal in Stunden umrechnet, wie lange ich dann an diesem Spiel gesessen habe. Ja, und gewonnen hat die GeForce GTX 660 Ti von Gigabyte mit 2 Gigabyte RAM. Hat der Melexa Demiral, der hat in dem Gewinnspiel gewonnen. Und ich möchte natürlich auch noch einmal sein Kommentar vorlesen und natürlich herzlichen Glückwunsch an dich. Die Grafikkarte schicke ich Anfang Januar im neuen Jahr schicke ich die dann direkt los, damit du dann direkt im neuen Jahr mit der Grafikkarte starten kannst. So, dann dein Kommentar. Lesen wir das doch einmal vor. Frohe Weihnachten alle zusammen. Vorab finde ich das super, was du verlosen tust, Brocken. Aber wenn du dich erinnern kannst, hatte ich dir sowieso gesagt gehabt, dass ich deine Videos total gerne schaue und diese gut finde. Anaxia Antonidas hasst mich im Battle.net. Ja, ich würde die Grafikkarte hierfür nutzen, dass ich endlich mit einer besseren Auflösung WoW spielen kann. Ich würde mal auf 280 Tage Spielzeit tippen. Mit freundlichen Grüßen und frohes Fest wünscht euch Anaxia Antonidas. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Und wie gesagt, wenn du das Video gesehen hast, dann melde dich bei mir. Wir sind ja im Battle.net drin, sozusagen. Dann meldest du dich einmal bei mir. Dann klären wir kurz die Formalitätenadresse alles aus. Und dann schicke ich die Grafikkarte Anfang Januar direkt zu dir los. Dauert dann ein, zwei Tage und dann ist das gute Stück auch bei dir. Ansonsten, wie gesagt, bin ich jetzt hier mit raus. Danke an alle, die daran teilgenommen haben. Danke für jedes Kommentar, für jedes Like, was auf dem Frohe Weihnachten Video auf jeden Fall war. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet angenehme Weihnachtsfeiertage. Und ansonsten bin ich auf jeden Fall jetzt raus. Haut da rein. Euer Brocken. Danke für mich. Danke. Ooo.